Einen wunderschönen guten Tag ihr lieben Maker9! Bevor ihr euch jetzt denkt okay warum ist es denn jetzt hier so dunkel wer die letzten kurzvideos noch nicht gesehen hat guckt euch die an da habe ich nämlich entsprechend gezeigt dass ich mir neues licht bestellt habe und nein es ist nicht gleich kaputt sondern ich habe das explizit mal ausgelassen um euch gleich zu zeigen welchen effekt das ganze hat kommen tut das ganze in so einer schicken box ihr habt ihr schon in den kurzvideos gesehen da sind dann zum einen auf der einen seite ich mache es mal kurz auf entsprechend platz für drei lampen drin und zwar dort sind dann hier drei fächer drin wo man entsprechend dann die lichter unterbringen kann wenn die sehr schick löst und auf der rückseite man höre und staune kommen dann natürlich noch drei stative mit die ich jetzt hier nur eins verwendet habe weil ich hier noch stative hatte brauche ich jetzt nicht extra alle aufzubauen aber dort werden natürlich auch noch mal stative mitgeliefert ich habe jetzt hier noch eins drin 1 habe ich irgendwo noch rumliegen weil ich gedacht habe okay ich könnte es gebrauchen aber brauchen tue ich es nicht wirklich dann sind dort noch natürlich die netzteile dabei die lampen natürlich dabei und entsprechend das war mir ziemlich wichtig weil ich das ziemlich cool finde diese fernbedienung hier ja und diese fernbedienung kann man nämlich entsprechend verwenden um die einzelnen gruppierungen von lichtern zu aktivieren und dann seht ihr sieht das bild schon mal ganz anders aus nämlich dass jetzt hier noch mal so ein streiflicht kommt da noch mal so ein licht was hinten auf die schulter drauf geht da noch mal so ein hair light drauf und schon haben wir eigentlich ein recht schönes setup was ich eigentlich echt sehen lassen kann für die nächsten videos vom geräuschpegel her muss ich sagen kann man nichts hören da ist kein lüfter drin verbaut das wird einfach nur warm wie warm wird sich die zeit mit der zeit zeigen ich traue dem ganzen kram natürlich nicht und mach abends immer schön die steckerleiste auswahl ist halt china lampen und dass die es halt manchmal nicht ganz so doll mit sicherheit halten das wissen wir alle ja aber ich muss sagen die ausleuchtung an sich jetzt auch ohne diffusor dran aber die sind alle ohne diffusor die haben vorne noch mal so eine platte drauf sondern schon leicht diffuse platte drauf aber jetzt nicht so krass wie hier der nen leidt der ist nämlich echt ultra krass vom diffusor her so was habe ich jetzt da nicht drauf oder wie hinten auf der jungen die haben jetzt wirklich nur so was ich bei der jungen nur so einen einschub habe entsprechend an die fuße so einen kleinen drauf der macht natürlich kein weiches licht der macht natürlich kann so ein richtig weiches licht ist immer noch eine kleine lichtquelle ist nicht so groß jetzt wie hier und das reicht aber vollkommen aus hier für die seite und für das herleit ansprechen um das richtig darzustellen damit die silhouette entsprechend von hinten auch richtig betont ist oder der background entsprechend das reicht dafür aus und dafür dass das ganze set irgendwas unter 400 euro kostet je nachdem wo ihr das schießt ich habe euch einen link dazu unten in die video beschreibung ist das natürlich schon richtig cool vor allen dingen cool weil hier wie gesagt die fernbedienung mitgeliefert wird das ist was ich bei teuren geräten echt vermisse ja hier der nen leid der kostet 4500 euro alleine nur dieses eine teil in der kiste der wird so auch eine schöne stofftasche mitgeliefert da wird auch ein diffusor mitgeliefert ein großer aber der kommt halt ohne fernbedienung die muss man dann noch mal extra für 80 90 euro kaufen bei der jungen hinten war die fernbedienung auch dabei das war eine günstige dafür muss man da aber auch den diffusor noch mal extra kaufen und ich finde das echt genial dass ich hier wirklich die einzelnen gruppen durchschalten kann und dann sagen kann okay deaktiviere mir jetzt einfach mal das nicht da hinten glaube ich ist es oder nein das da hinten verkackt genau finde ich soweit super finde ich von der handhabung ganz gut die panels sind zweifarbig das heißt also einmal kaltes weiß und einmal warmes weiß also im mehr so in die richtung tanksten wer das nicht kennt das ist so ein gelbliches und ich habe jetzt hier komplett einfach kaltes weiß volle pulle entsprechend habe das dann von der aufnahme her entsprechend richtig eingefärbt hat entsprechend mit meiner grey card und dann sollte das ganze auch passen von den farbtönen her damit das ganze auch ordentlich ist klar das kann man natürlich für unterschiedliche situationen kann man das natürlich auch entsprechend einfärben der vorteil ist jetzt im vergleich zu den lichtern die ich vorher hatte da habe ich nämlich jetzt hinten in der ecke und dort noch entsprechend angebracht die farblichter das sind solche led stäbe quasi die laufen entsprechend dann jetzt nur noch um die farbe halt im setup entsprechend darzustellen also da unten habe ich jetzt mal so ein türkis grün eingestellt und da oben das typische orange gelb was so im kino format eigentlich so die übliche farbgebung ist könnt ihr mehr darauf achten es ist immer so ein türkis gelb kontrast die habe ich jetzt mal beide eingerichtet und die werden natürlich dann später auch entsprechend noch mal ein bisschen farbgebung dazu geben genau natürlich kann man die dann noch einstellen in alle möglichen farben was auch immer jetzt kommt noch was zum thema betreiben also die teile kommen normalerweise mit netzteilen die led lampen und die kann man verwenden ja muss man aber nicht also ich habe jetzt hier hinten zum beispiel eine position wo ich ein licht montiert haben das kriege ich vielleicht noch gerade so abgebildet dass ich das kabel ordentlich verlege hinter am fernseher lang und dann durch den kabelkanal durch das könnte gerade so reichen wenn das aber mal nicht reicht und man jetzt nicht unbedingt neues netzteil bestellen will kann man natürlich auch die sony mpf akkus reinpacken ja da gibt es natürlich diese großen akkus die man hinten in das netz in das led panel reinpacken kann ich blende euch hier mal ein paar aufnahmen ein und ein bisschen bio ein da kann man natürlich auch noch mal das ganze noch ein bisschen mobiler gestalten und dann die led egal wo im raum hinpacken ja was jetzt auch nicht im set mit drin ist was ich selber was ich wusste was ich mir aber separat kaufen noch werde ist einfach im gallen ja also so ein lichtgallen für so ein stativ entsprechend der ist dann auf der einen seite ein bisschen gewichtet und auf der anderen seite hängt die led und damit das ganze nicht vorne über kippt ist das ganze austariert so kann man natürlich dann da hinten ein licht hinstellen und kann das licht aber dann also den das eigentliche stativ hinstellen und kann das licht aber direkt über den kopf platzieren also in richtung um noch eine bessere ausleuchtung für die schultern oder so zu bekommen genau das war mal so ein kurzes video einer in kommentaren von den shorts hat sich gewünscht entsprechend das mal live in action zu sehen ich hoffe das ist jetzt so von der qualität der von dem wie es jetzt aussieht von der belichtung her einigermaßen akzeptabel ich sag mal so mit den mitteln die ich momentan habe sollte es reichen das wird sich natürlich über die zeit noch mal ein bisschen bessern und vielleicht werde ich auch noch mal den einen oder anderen größeren diffusor bestellen eine sache die mir an den lichtern nicht gefällt ist wie gesagt die netzteile sind direkt netzteile die man direkt in die steckdose steckt also nicht wie bei dem nen light dass man da irgendwo noch so ein zweipol stecker hat den man dann in steckdose packen kann um dann zu sagen okay ich verlängere jetzt mal das zweipol kabel damit ich mal zwei fünf oder zehn meter kabel habe um das dann ein bisschen variabler gestalten zu können und zum anderen die haben keine lüfter drin was zum einen gut ist damit man die geräusche nicht irgendwie jetzt beim video hört aber auf der anderen seite kann es natürlich auch schlecht sein weil mit der zeit kann es natürlich sein dass die dinger durchbrennen oder sich abschalten damit sie nicht überhitzen das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden werden wir noch auswählen das dritte manko wo ich sagt die werden halt nicht ganz so hell das stört jetzt erstmal nicht aber man muss halt an einer kamera vielleicht ein bisschen in iso hochkranken aber bis jetzt habe ich da noch kein kein problem gehabt ich bin jetzt hier bei der kamera auf iso 400 und habe trotzdem glaube ich noch eine relativ gute ausleuchtung bei der nennleit habe ich natürlich die kostet auch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr power dahinter aber ich glaube für den preis was die es gekostet haben kann man echt nichts sagen bei amazon stehen sie glaube ich bei 370 380 momentan drin das ist für drei lichter mit stativ mit fernbedienung mit entsprechendem stativ kopf obendrauf damit man die lampen noch ein bisschen neigen kann und allem drum und dran ist das mit inklusive netzteile ist das glaube ich ein echt guter preis zumal man dann hier in deutschland entsprechend das ganze dann direkt innerhalb von ein paar tagen geliefert bekommt von daher link findet ihr unten in der video beschreibung ihr könnt ihr mal auch in die kommentare schreiben ob euch das video gefallen hat und ob euch so ein licht set entsprechend auch zusagt oder was ihr für ein licht als alternative vorschlägt ich finde das ist natürlich dann auch schon eine ansage für so einen geringen preis so ein set raus zu hauen also ich kenne es halt dass die lichter halt viel teurer sind und gerade in der aktuellen zeit macht es natürlich sinn dann mal ein bisschen aufs geld zu gucken und dann auch vielleicht mal zu gucken was gibt es für alternativen und ich muss sagen mir gefällt das set richtig gut ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja gebt mir doch bitte einen daumen nach oben abonniert den kanal wenn er es noch nicht getan hat wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin bleibt gesund happy bridging bis dahin bleibt gesund